Jetzt sagt das, jetzt geht es schon wieder los mit dem Weihnachtsmarkt aufbauen hier. Mit den Heiligen Drei Königen. Baut ihr jetzt schon auf? Balthasar, Melchior und Kaspar. Die sind nicht hier. Wer ist das? Das sind die... Die kommen aber erst im Januar. Aber wer ist das jetzt hier? Das ist der Föhr. Der Schäfer. Der Schäfer. Vom Jesuskind, vom Christkind. Das ist die Heilige Jungfrau Maria? Ich bin die Heilige Frau. Du bist die Heilige Maria. Das ist aber... Ist das nicht Melchior? Das sind das nicht die Könige. Das sind ja die Könige mit den Geschenken. Das sind die Heiligen Drei Könige. Ich mache jetzt ein Foto mit alle drei, vier. Nein, ich will kein Foto. Ich mache Video. Balthasar, Melchior und Kaspar. Oder wie heißt der? Putin, Selenskyj und Scholz. Das ist Putin. Nee, das ist Putin. Das ist Selenskyj und das ist Scholz. Und Scholz kann ich aber nichts erinnern. Der leidet an Amnesie, oder? Egal, scheiß drauf. Wir sind ja eh nur Personal. Wir sind ja nur Personal, ne? Alles klar, viel Spaß. Wir sind eh nur Personal. Personal von diesem verbrecherischen Staat, der uns verarscht und beugottiert und uns für behinderte und dumme Heldet. Und das ist das, das ist das, das ist das, was ich jetzt nennen.